So, jetzt müssen wir aber langsam mal was reissen. Es ist zwar Nacht, aber... ...der Mond scheint hell. Ich weiss jetzt auch, wieso das letzte Mal Framerate so ultra schlecht war. Ich war auch im Hintergrund noch am Renderen eines Videos. Völlig vergessen. Ja, mein Fehler. Egal! Jetzt sollten wir irgendwie zurück zu der Strasse kommen, weil ich gelesen habe, dass in der Nähe der Strasse hat es meistens Gebiete mit Tieren und solche Sachen. Aber... Ach, du hast die Strasse schon. Ah, ich denke es ist viel länger, bis wir die finden. Wir sehen hier auch... ...das Rote sind glaube ich Zombies. Hä? Oder irgendein Grafikfehler. Es ist schon ein bisschen dunkel gerade. Und vor allem haben wir nicht mehr ganz so viel... ...Food. Es reicht glaube ich so knapp, um noch... ...das nächste Tier zu finden. Ah, da ist ein Mensch. Hey, dude. Hello. Hi, how's it going? Hey, man, you alright? Do you want some stuff? Yeah, do you have some food for me? Yeah, do you have some food for me? Do you want some food for your stuff? Yeah, food please. Come on me. Follow me. Yeah, wir haben einen gefunden. Der hilft uns. Sehr geil. Der sieht auch sehr gut ausgerüstet aus. Yeah, man. Schon mal ein guter Start. Oh oh, was ist passiert? Fuck, fuck, fuck. Spiel! Ich sehe dich nicht mehr. Scheisse. Das Spiel ist abgestürzt. Komm zurück, Spiel. Komm zurück. Nein, gerade jetzt. Was? Was? Was wir den ultimative... Was wir den ultimative Freund gefunden haben? Moment, jetzt müssen wir den schnell beenden. Und... ...wieder neu starten. Und zwar ganz, ganz schnell. Fuck! Gerade jetzt? Könnt ihr euch das glauben? Ich sehe jetzt einfach einen schwarzen Screen. Und... Wir starten wieder rein. So, so schnell wie möglich. Drei. Zwei. Eins. Und... Und wir sind... ...wieder da. Jawohl, wir sind wieder da. Wir sind online. Ah fuck, du ist es dunkel. Scheisse, wo ist er dahin? Fuck. 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 Wo er rechts ins Lager? Ich habe noch gehört, wenn er gesagt hat, come over here. Nein. Ah, warte. Wir haben wieder mehr zu essen. Wir haben zwar nichts mehr im Inventar. Hä, haben wir vorher schon nichts mehr im Inventar gehabt? Ich glaube, wir sind gestorben. Was ist das denn? Hä, kann das sein? Das ist recht strange gerade. Übel. Äh, machen wir den Fackel aus. Oh, jetzt sehen wir gerade überhaupt nichts. Ich muss euch einfach vorstellen. Was er würde sehen. Ähm... Ja, aber wieso... Ich frage mich jetzt echt, wieso ich gerade nichts mehr habe. Und in Forja habe ich nichts mehr gehabt. Hm. Kann man echt... ...einen Spieler ausrauben, wenn er schläft? Nein, das ist komisch, weil ich habe mir so viel zu essen und alles. Hm. Rätsel über Rätsel. Auf jeden Fall ist er wirklich im dümmsten Moment das Spiel abgestürzt. Im dümmsten. Da finden wir endlich mal wirklich einen netten Spieler, der uns helfen will. Und weg. Bam. So, jetzt müsst ihr euch wieder vorstellen. Schaut, seht ihr den Stein so knapp, oder? Ah, Mann. Das nervt jetzt wirklich... Das ist wirklich ärgerlich. FIFA weiss jetzt, dass der Voice-Chat funktioniert. Ähm... Ich muss einfach V drücken. Und reden. Ah, er hat mich vielleicht nicht ganz so gut gehört, weil ich habe... ...komplett vergesse, ich habe noch... ...das Mikrofon vom ATZ nicht ausgefahren. Ich habe noch einen Fall gehabt. Dann machen wir schnell. Einhändig. Ah, so. Dann sind wir gewappnet für den Fall, dass wir wieder mal jemanden treffen. So, jetzt Tiere. Da habe ich gerade keine gesehen. Eigentlich sind wir da schon gesehen. Ich bin nur aus Verzweiflung wieder hier gelaufen. Ich hoffe dann, dass ich diesen Typ wieder finde. Der hat erst seine Hütte gebaut. Das haben wir schon völlig ausgerüstet gesehen. Mit Waffen und allem. Sorry. Ähm... Ja, dann gehen wir auch wieder zurück zur Strasse. Wir könnten auch ein kleines Lager für bauen und hier rumchillen. Oh, wir brauchen Kleider für das. Super. Super! Ich hoffe, ihr seht, was... Hier haben wir Steine. Ach, jetzt geht es zwar wieder von... ...der Dunkelei, das ist nur ganz so krass. Und sonst ist sie jetzt wieder hängenbleiben. Ich traue dem Spiel aber nicht so ganz. Ah, Moment, was ich völlig vergessen habe. Natürlich... Gras... ...Punkt... ...on... ...Falls... Zack! Und jetzt können wir auch Tiere besser sichten. Und bevor wir so wieder besser sind... Hey, du hast jetzt ultra viel... ...Holz gerade. Ah, ich brauche aber nicht so viel Holz. Ich brauche Essen. Essen! Man sollte das fast umbenennen in ein letztes Fail. So viele Fails, wie ich schon gehabt habe. Ich meine, wir sind bei der Folge... ...keine Ahnung wie viele. Ich habe noch nie alles zusammengeschnitten. Das ist zugegeben. Und für das ist es ja fast traurig, dass wir noch gar nichts erreicht haben. Man, es war schon fast die ganze Karte. Ich habe es nicht gesehen. Oh! Aber nichts erreicht. So... Eigentlich müsste ich doch in dieser Umgebung Tiere haben. Weil hier ist so viel zu sammeln. Moment, ist da hinten was? Ist da ein Stein? Ein Stein wäre natürlich sehr gut. Dann können wir uns wieder eine Axt bauen. Eine Stein-Axt. Moment, du hast Holz. Und hinten dran... Fuck! Ein Stein. Ich wollte sagen. Bevor uns ein verdammter Wolf angegriffen hat. Ich meine, es ist schön, dass so etwas zu essen hat. Aber einen Wolf... ...kann ich halt nicht gerade wirklich besiegen. Ah, da hat es noch ein Haus. Ah, wir sind glaube ich noch immer ganz anders. Es wird gespawnt. Habe ich das Gefühl. Wir sind glaube ich wirklich gestorben. Wie sind wir gestorben? Weil wir keine Ahnung mehr gehabt haben. Wo ist der Wolf? Ah, da kommt er. Ich kann nicht in die Häuser. Nein, ich habe nicht das Haus! Nein, Scheisse! Wir bluten. Und wir sind tot! Wunderbar! 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 Der Hass! Ist das ein gutes, starkes Gebiet? Wenn wir es zuerst mal hier abchecken. Ah Mann, der verdammt Huste! Das sieht fast aus wie der Ort, wo ich mein Haus früher gebaut habe. Aber ich sehe kein Haus mehr. Wunderbar! Haben wir hier unten gerade irgendwelche Tiere? Ich glaube die Sonne geht auf. Weil alles leuchtet so rot. Das heisst, ein neuer Tag bricht an. Eine neue Chance! Und dann Let's Fail! Let's Fail Rust! Rust, habe ich fast gesagt. Rust! Rust! Natürlich nicht Rust! Ahhhh! Und wir sind verletzt! Wir haben uns ein Bein gebrochen! Das glaube ich ja nicht! Ich kann nicht schneller laufen. Wissen Sie was? Dann machen wir gerade Suizid. Äh... Suizid! So, fickt euch! Das ist eigentlich krass. Force to Force! Okay, das ändert sich nicht, wenn man stirbt. Gut. Einfach wenn man, immer wenn man neu einloggt, wenn man das wieder... Ah, warte! Da war das Tier! Habe ich da gerade das Tier gesehen? Da unten! Ein Wolf! Den... Also wenn es einen Wolf hat, müsste es auch ein Schwein in der Gegend haben. Ich glaube da vorne ein Schwein. Nein! Jetzt müssen wir schauen, dass das Schwein nicht gerade zum Wolf rennt. Scheisse! Wolf! Kommt näher! Das heisst, wir greifen am besten von der linken Seite an. Ist es auch ein Schwein? Jawohl! Es ist ein Schwein! Nein! Es ist ein Bär! Es ist ein Bär! Es ist ein Bär! Es ist ein Bär! Los! 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 Wir werden es nicht mehr in einem Bär anlegen. Aber... Wenn es hier Tiere hat, sollte es auch ein Schwein rum haben. Das habe ich mir gelesen. Wenn es Wölfe und so hat, dann muss es ein Schwein haben. Scheisse! Schwein! Ah, und einmal haben wir doch einen Hund gesehen. Hühner kann man auch töten. Ich bin einfach irgendwie total unfähig gewesen. Hähnchen! Und Hähnchen! Hähnchen! Sollte es auch haben. Hähnchen können wir auch töten. Aber ich wäre froh, wenn hier noch ein Schwein rumlungert. Wir sind immer noch auf der richtigen Seite dieser Bärkette. Mann, aber da muss doch irgendein Schwein rumlaufen. Ich sehe hier hinten gerade gar nichts. Der blöde Wolf. Wolfs hätte man eigentlich töten können. Aber... Sie sind halt einfach noch zu hart. Wir rennen mal ein bisschen. Und dann mal hier Holz abbauen. Denn Holz brauchen wir sowieso. Für unsere Steinachste. Ach Mann! Nahrungsbeschaffung ist wirklich ultra mühsam in diesem Spiel. Also gerade am Anfang. Das ist glaube ich wirklich nur der Anfang bis wir den mal überstanden haben. Man hätte ja eigentlich ein Schwein gehabt, aber... Ernstens. So dumm in der Karte verlaufen. Dass es wirklich nichts mehr gegeben hat. Die Schuld schiebe ich aber auf die Alpha Version. Nicht auf mich. Wenn dort noch weitere Sachen kommen wären, hätten wir überlebt. Dann wären wir schon viel weiter. Viel weiter. Dann hätten wir schon eine riesige Villa. Ja. Hier unten könnte man eigentlich auch ein Haus aufstellen. Das wäre nochmal gut. Weil da jetzt gerade Tiere und Ressourcen. Dort vorne ist der Bär. Also Bär. Wolfen, der den Baum gerade gewackelt hat. Jetzt schauen wir mal von unten, ob wir da hinten was finden. Mal ein wenig Säckchen. Mal ein wenig Säckchen. Es ist immer noch kalt. Das bedeutet, man braucht mehr Energie. Wenn die Sonne auf geht, werde ich weniger verbrauchen. Dann sind wir wieder Comfortable. Comfortable. Nicht Comfortable, hallo. Was ist das für eine Aussprache? Langsam anschleichen Hier hinten hat so eine Kai-Viecher mehr Da sehe ich gerade nichts Man sieht sie nämlich von recht weit weg Oh super, da war ein super Schlag Wenn es hört, sieht man sie von weitem Ich bin nämlich der Stein, wegen dem Lauf ich gerade wieder dahinter Dann können wir hier runterlaufen Zuerst möchte ich gerne noch den Stein abbauen Denn ein bisschen Stein brauchen wir auch Nur Wölfe Was ist dort am Hang? Rechts vom Wolf ein bisschen oben dran Ist es einfach Holz? Ich erkenne es nicht wirklich Das sieht komisch aus So jetzt müssen wir schauen, dass da gerade Kein Tier hinten dran ist Zwei Mädchen, wir brauchen vier Steine Oh, Soundfehler, sehr gut Also zwei Steine Komm, geben wir mehr Drehsteine Ich brauche mehr Drehsteine ist leider genau zu wenig Super, danke Was? Warte, hast du da hinten ein Viech gesehen? Oder war das nur der Stein? Oder war das nur der Stein? Da vorne ist Holz Dann hast du glaube ich nur der Stein gesehen, weil ich kurz aufgeblitze Das ist Hm, da hinten sieht es wieder unbewohnt aus Da hinten sieht es wieder unbewohnt aus Das ist das Das ist das